Die Inspiration, eine Forge kann alles verfehlern. Gut, den Rest sparen wir uns erstmal auf und gucken mal, ob wir Sia nicht retten können. Urzentrator. Hä? Splitter geortet. Auch Sulfs Agenten sind bestimmt hinter dem letzten Splitter her, weil sie damit den von ihnen angerichteten Schaden wiedergutmachen können. Ich dachte, sie wollen hier alles zerstören. Warum sollten sie den Schaden wiedergutmachen wollen? Tag 1 morgen? Haben wir jetzt hier mehrere Tage noch vor uns? Zulfs of the Calamity fail, und er ist richtig. Die Urhe-Standards leben in Proof von das. Ow. Ja, oh. Ups. Da ging's runter? Ich dachte, da liegt irgendwas. Okay. Scheinbar doch... Nicht! Mann! Aua. Was haben wir hier? Scheinbar nicht viel. Bäh. Jetzt sind wir... Jetzt sind wir... Jetzt haben wir den Nachmittag... Ah, ja. Ja. Ich seh hier fast wieder nicht, weil... All die Pflanzen hier weg mir versperren. Komm schon, komm schon, komm schon. Ow. Blödes Viech. Jawoll. Down is it. Down. We put a lot of folks against that problem. Scientists, soldiers, spies, even me. Wer bist du? Du scheinst irgendeine wichtige Rolle zu haben. Doch, wer bist du? Du hast es uns immer noch nicht verraten. Oh. Wir haben Lösungen weit über die Stadt gesehen. Wir haben jetzt so weit reingegangen, wie die Kinder gehen. Okay. Er war ein Forscher oder irgendwie sowas in der Richtung, offenbar. Zumindest war das jetzt gerade die Andeutung, die ich verstanden habe, da hinter. Oh. Da oben ist ja noch einer. Na, komm. Au. Wehe hat es trotzdem getan. So. Jetzt ich schilde hier noch. Die liegt aber sehr komisch auf dem Boden. Tut mir leid, aber das ist schon ein bisschen absurd, wie die da tot lag. Ist das... Ach, das ist nur ein Scherbenkruppel oder sowas. Wo ist jetzt der bessere Weg? Okay, hier ist eine Sackgasse, offenbar. Die meisten unserer Efforten sind nicht durchführen. Au. Ja, Versuche sind offenbar gescheitert. Versuche für was? Oh. Ah, wir haben jetzt die... Weiß ich nicht, 13.000. Der ist runtergefallen. Wie lustig. Der ist runtergefallen. Oh, sie sieht jetzt sehr falsch aus gerade. Die ist... Äh... Schwebt tot in der Luft. Jawohl. Oh. Was aufwendiges noch? Wir haben dieses 13.000 Felder irgendwie... Äh... Erforschen. Erfüllt? Ist Ven der Vater von Sia? Da war doch irgendwas mit einem Forscher. Doch warum sollte, wenn seine eigenen Leute vernichten wollen? Oder beziehungsweise helfen bei diesem Plan? Ja, komm. Okay. Jawohl. Down. Down. Das klingt aber nicht nach etwas Gutem. Hat der was gerade geflüstert? Der hat doch irgendwas gerade geflüstert. This discovery was never to be used, they said. Except as a last resort. Oh, na. Och, man. Diese blöden Vögelchen. Au. Vor denen kann man nicht wirklich ausweichen, habe ich das Gefühl. So. Ich glaube, wir hätten sogar noch eine Distille doch eigentlich aufnehmen können. Ich, Vogel, wir haben doch Level 5 erreicht, oder? Oh. Etwas... Zum Aufwärmen wieder. Etwas verkehrtes. Die Frage ist nur, was für Pläne... Hat er die... ...reingelegt und hat... ...huch. Es wird immer kälter. Alter. Das ist so blendend weiß. Ich sehe gar nichts. Was war das denn jetzt für ein Schwachsinn. Ich habe selbst auch überhaupt nichts gesehen. Ach, du grünen. Hey, ich sehe... Ich sehe gar nichts hier. Ich sehe gar nichts hier. Ich sehe gar nichts hier. So wie ich hier am abstürzen bin, ist nichts mit Leben. Was ist das? Aber remember, the Bastion can fix everything. We just need that Shard. Nur den Splitter, okay. Ich sehe gar nichts hin. Ach! Du sag! Du sag! Das kann doch jetzt nicht so einfach gewesen sein. Oh, diese Mistschweine. Alter, und dazu noch diese blöden Vögel hier. Au, au, au. So. Zias Vater Van zeichnete seine Arbeit für Kalondias Forscher in einem ledergebundenen Notizbuch Die Hura fiel zurück. Kein Wunder planen die nächste Bewegung. Aber wir wussten uns bereits. Das Land. Sie hat jetzt alle die Pfeile. Aber sie sieht trotzdem gut. Oh, wir haben wieder eine Errungenschaft erlangt. Sehr schön. Erreiche die verlangte Anzahl von Geheimfertigkeitstechniken. Vier Stück füllen uns noch. Und ein Preis auf einem Übungsgelände noch. Hm. Das ist eigentlich ja schon fast verlockend. Noch mal bei den Übungsgeländen vorbeizuschauen. Doch, das Tüde ist richtig. Ah, wir haben doch alle drin. Haben wir doch die alle drin gehabt. Ist doch sehr schön. So, was haben wir hier? Verstärkte Kammer. Plus 10% kritische Trefferschance. Modernste Feuerkammer, die Schüsse mit verheerender Kraft abgeben kann. Es gibt... Ah, das geht nur bis maximal 5. Abgedämmte Kammer. Plus 35% schnelleres Nachladen. Eine experimentelle Feuerkammer zur Ableitung überflüssiger Hitze und zur Reduzierung der Schusspausen. Hm, ja. Es ist keine Weile mehr, es ist ein Präzisioninstrument. Sehr schön. Mhahaha. Jetzt möchte ich aber endlich das hier nehmen. Zwei Schüsse auf einmal abgeben. Kellfeuerstein. Die Sheriffs entdeckten einen Weg, um die Feuerkraft ihrer Mosketen zu verdoppeln. Ura-Feuerstein. Schüsse leben Feinde. Die Ura-Kanonierer entwickelten ihre Waffen eigens zurück, um ihre Ziele außer Gefecht zu setzen. Ich glaube... Ich glaube, ich nehme den Kellfeuerstein. Die Marshalte wären ganz glücklich. Ja, ja. So. Zack. Wir haben es gemeistert. Das könnten wir theoretisch auch meistern. Brauche ich aber nicht. Oder will ich jedenfalls nicht. Das Ding ist echt teuer. Das geht noch. Das geht auch noch. Das ist relativ günstig. Verstärkter Kolben. Plus 50% Schaden. Effekt mit schwere Patrone kombinierbar. Ein verstärkter Feuermechanismus, der Patronen mit größerer Wucht losschleudert. Mehrfachkolben. Verbesserte Schussfrequenz. Weitere Angriffsstreuung. Effekt mit Streupatrone kombinierbar.